Drift, die Welt's erste Modellfahrer, die mit der gleichen Dynamik wie einem echten Fahrradfahrer performt. Hallo, ich bin Martin Bühler und ich habe Drift erfunden. Drift ist ein Rennspiel, bei dem die Fahrzeuge nicht nur so aussehen, sondern sich auch ganz genauso bewegen, wie ihre echten Vorbilder in der Reha-Anwelt. While ordinary scaled-down model cars appear unrealistic and are difficult to control, Drift emulates the complete driving physics of a real racecar. They drive, spin and drift like the real thing, on the kitchen table, on the floor or in the office. Drift works on every smooth surface and does not require a special racetrack. Even an office desk is enough for exciting races. Drift is pure pocket-sized motorsports fun and can be played at any place in the world. There are different setups to suit the skills from hobby races to professionals. Die Vision ist, Produkte zu bauen, die nicht nur so aussehen wie ihr Original, sondern durch ihre Bewegung auch die Emotionen des Originals wiedergeben. Die Fahrzeuge selbst sind eigentlich nur das Ausgabemedium einer kompletten Fahrphysik, die im Hintergrund auf deinem Smartphone läuft. The drift racers are equipped with intelligent sensors and the app and the vehicles can be updated. With the inputs and support of the Kickstarter community, new features can easily be implemented. An intelligent underbody sensor, for example, can scan the ground for different surface conditions or a start-finish line for precise lap times, track limits and more. It may even become possible to race each other virtually from any part in the world. Die zweijährige Produktentwicklung ist nun abgeschlossen. Hier auf Kickstarter möchten wir gemeinsam mit euch die Serienproduktion von Drift realisieren. Drift ist der Beginn einer völlig neuen Art, Motorsport zu erleben. Und ihr könnt uns dabei unterstützen, herauszufinden, was noch alles möglich ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.